Hallo, hier ist wieder Thorsten von Rad&Tour in Cuxhaven und heute habe ich euch mal was richtig Schickes mitgebracht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir gerade diese Simplon-Räder neu bekommen haben. Cenoa von Simplon, hatten wir auch letztes Jahr schon, gab es letztes Jahr. Allerdings noch nicht mit integriertem Akku, das seht ihr hier. Der Akku ist jetzt im Rahmen integriert, das Rad ist nach wie vor in Carbon und was das Rad besonders auszeichnet, ist das extrem niedrige Gewicht. Knapp über 20 Kilo, habt ihr hier ein vollständiges Rad mit einem 625 Wattstunden Akku für wirklich lange große Touren und mit dem neuen Bosch CX Motor. Ob das Rad für euch passt, ob ihr es in Rot oder in Schwarz haben wollt oder dieses Weiße mit einem tiefen Einstieg als Herrenrad, als Lady Version, alles ist machbar. Kommt einfach vorbei und besprecht mal mit uns, was für euch das Traumrad ist. Macht einen Termin ab, hier könnt ihr das sehen, wie bei uns der Ablauf ist. Wir machen den Termin 360 Grad 3D Body Scanning und dann kriegt ihr garantiert das Fahrrad, was für euch das Richtige ist. Also wir sehen uns im Laden, bis dann. Wir sehen uns im Laden, bis dann.